Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dr. Ingrid Burkhardt. Ich bin Ärztin, medizinisch-technische Assistentin und Lehr-MTA. Mikrobiologie war ich auch viele Jahre. Aus diesem Grund hat Paraceltus mich als Dozentin gebeten, eine Seminarreihe über Infektionen und Labor vorzubereiten. Im Rahmen der Fernreisen heute kommt es durchaus vor, dass Menschen sich infizieren auf solchen Reisen und etwas mitbringen, mit dem das Immunsystem nicht fertig wird. Damit werden sie konfrontiert und nun müssen sie mit Hilfe von Nachweismethoden im Labor vielleicht herausfinden, was der Patient sich mitgebracht hat. Das ist ein Ziel dieser Veranstaltung. In dieser Seminarreihe werden wir uns mit den Grundlagen der Mikrobiologie einmal theoretisch beschäftigen, dann natürlich auch mit der Umsetzung im Labor. Das heißt, wir werden a theoretisch darüber reden, wie man Nachweise durchführt, aber b werden wir auch die Möglichkeit haben, einige kleinere Laborteste direkt hier im Rahmen des Seminars durchzuführen. Ich würde mich freuen, wenn ich nicht nur Heilpraktiker, die das sicherlich interessiert, für dieses Seminar begeistern könnte, sondern ich denke, eigentlich könnte jeder, der im Bereich Gesundheitswesen tätig ist, von dieser Seminarreihe profitieren, weil auch schon zum Selbstschutz die Kenntnisse nützlich sind. Nun würde ich mich freuen, wenn ich Sie interessieren könnte und Sie recht zahlreich an diesen Seminaren mit mir teilnehmen würden und wir uns gemeinsam dieses interessante Thema erarbeiten könnten.